2 zu 0 für München und Tor-Premiere für Andrew McWilliam. Der McGraw ist zurück und München macht den Tor. Andrew McWilliam tritt für den ERC Red Bull. Damit ist Abseits aufgehoben, knallharter Check. Ein guter, harter Hit von McWilliam. Spiel mit der Scheibe sehr, sehr schnell handiert. Das ist von McWilliam ein harter, aber fairer Hit. Alle Spiele der Penny DEL live. Ja. Ja.